gut den ball hier im mittelfeld erobert er stellt den körper rein und kann den schuss blocken wie macht er denn rein die mannschaft zeigt eine starke leistung im ea shield cup die führung ist komfortabel wenn sie so weiterspielen dann ziehen sie hier ganz super in die nächste runde ein richtig satter abschluss und dann geht der ball